Also, welche Pokémon mögen sich da wohl verbergen? Myrapella! Ich verköpfe dich zu Tode! Ein K.P. Weiterhin! Jo! Hast du gute Arbeit geleistet! Klinder-Tipps! Pokémon-Status-Werte variieren, auch wenn sie die gleichen Spätis sind. Die Status-Werte mögen am Anfang sehr ähnlich sein. Wie auch immer, Unterschiede kommen, wenn die Pokémon stärker werden. Tipps für Tübinger. Ich könnte doch... Niemand sieht das davon. Budget. Budget. P.J. Komm mit raus! Und Tackle in Tode! Heute ist ja schon gar nichts. Ich bin gespannt! Ein Falter-Eifer! Juhu! Es kann ein bisschen dauern, aber ich will einfach mal gucken... ...ob ich es schaffe. man fahrt doch auf die tipp doch die hölle die ranz für sie sich aus arbeit die tomaten in den augen erwart ich hätte jetzt schon fertig sein können so wird es nichts ich habe es nicht so weit ich habe es nicht so weit ich habe es nicht so weit ich habe Nö, ich grände noch mal ein bisschen hoch. Muss man mal mal gucken. Ich habe eh schon geschlecht. Ich glaube sie. Ach, weiß ich, das macht doch keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ist hier. Können Sinn. Ich grände mal ein bisschen hoch. Mich wundern. Und ich habe da mal so einen sehr langsamen Spielstil. Das Myrapla war auch ne Flambeer. Also Level 12 in Flambeer? Ich weiß es nicht. Aber jetzt muss Level 2, dass die ewigen drei Tage dauern. Bis ich so weit bin. Ach, weiß ich was. Ich kann hier auch so machen. Ich gehe einfach hier erstmal zum Poké Center und dann ab in die Arena. Und dann mal gucken, wie weit ich denn damit komme. PC. Pokémon Center. Nicht Computer. Das ist kein Pro-Computer-Laden. Nur weil da PC drauf steht. Du 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 du. So. Mr. Joel. You are a joy for me. The joyful joy. Joyful. She is full of life. Du 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 du. Wir speichern den mal. Natürlich. Wie spät haben wir es? Mal gucken. Den hier aufnommen an Dauer. Ach, da können wir noch alles schaffen. Hey. Bist du hier um den Volk herauszufordern? Ich hasse es dir zu sagen, aber er ist nicht hier. Volk. Ist irgendwo da draußen gegangen. Gerade da draußen. Glückwunsch an Tornwäumen. Schau, komm, schau dir ein bisschen in der Stadt nahe ihm. Er kann nicht weit gegangen sein. Er hat mich schauen, ob sie gut genug um Falken sich entgegenzustellen. Ja, ach so. Vogelfänger. Ey. Möcht ihr kämpfen? Ja, das ist ja auch mal einer, wo man richtig viele EP sammeln kann. Ah, noch ein perfekter Volltreffer. Sonst kann ich nur 25 KP. 25 KP, wie ich es nicht nur hätte. So. Und wie sieht. Das kann nicht wahr sein. Doch, das kann wahr sein. Und noch einmal hier, weil das kostenlos ist. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und was hier machen würde, ist... Das PG... Ich werde hier mal rüber switchen. Ich werde hier mal speichern. Natürlich. Jo, dann gehen wir's mal. Wieder in den Pflichtkampf. Das Schlüsselwert ist... Jetzt. Na, oder so. So, so. So, you're a-tri-rin-i-night and day. You become bird Pokemon masters. Come on. Na los. Ich will immer was ganz heiß, hab ich wieder vergessen. Ah, Vogelfänger. Ich brauch sie. Level 5 gegen Level 4. Na los. Jetzt passt hier das hier. Tackle, na, genau. Tackle. Tackle. So, jetzt gehen wir hier. Level 5. 10, 10, 9 und 11. Ah, Sandwirbel. Pidgey, natürlich möglich. Radfetched. Muss ja auch noch trainiert werden. Ja, meine Ente. So schaut's aus, Porenta. Aber ich werde jetzt. Ja, also. Ich werde jetzt mit dem Flammbären weitermachen. Ich werde schon Overlevel ganz massiv. Das ist aber auch mein Vorteil. So, weiter geht's. Und wir... Ja. Ja, der Blut. Juuu. Endlich. Wurde auch Zeit. Vogelfänger Rott wurde besiegt. Gaaah! Ja, Gaaah! Auch so eine tolle Aussage. Ich bin Orionerleuter und ich warte darauf, dass ich mich bekämpft. So, wir gehen hier. Und wo ist der Falk? Der Falkner? Achso, wir, ähm... Kurz aus. Wer bist du denn? Gott, hm? Was bringst du? Was bringt dich hier hin? Naja, ich bin sicher, es ist... Nicht so, wo ich hier sein soll. Ich werde jetzt nur, äh... So, ich werde jetzt nur. So, ich werde jetzt nur, ähm... So, ich werde mich zu meiner Arena begeben. So, ich werde mich in meiner Arena begeben. Und so, wenn du mich irgendwie wegen des Orden herausfordernd kannst. Hm? Du nimmst die Herausforderung der Pokémon-Digger nicht an, weil es praktisch hier in der alten Stadt standen. Wow, das wird sehr beeindruckend, dass Professor Eich dich danach darum gebeten hat, nach draußen gehen und ihm dabei zu helfen, die Pokémon zu erforschen. Aber ich schaue den Glimmer in deinen Augen. Du schaust aus, als könntest du die Herausforderung annehmen, dich zu bekämpfen. Ich fühle mich so aus, wenn du das Verlangen danach spürst, deine eigene Liga-Herausforderung zu beginnen. Fühl dich frei, mir einen Zwischentopf einzulegen und mich so richtig anzunehmen. Talk about it. Ich should talk about it. Ich weiß, dass ich da war eben mit einem Mann-Franck hier, der Rüben-Kurt. Kurt war immer sehr großartig, das Potenzial anderer Trainer zu erkennen. Wie dem Ausseil. Ich werde mich jetzt nur noch den Weg machen. Ich hoffe, ich werde Sie bald wiedersehen. Ich kann Sie sagen, wo die, äh, als ich hier, äh, hier reingekommen bin, in den Raum. Du hast großartig Potenzial, das ist ein Teil nur, Volker, äh, hätte ich dir nur auch schon gesagt. Und deine Mission ist es, Professor Eich auszuhelfen. Das ist wirklich sehr großartig. Ich werde dir wirklich sehr, äh, rate dich wirklich sehr, äh, an, sich wirklich dringend an, die Pokémon-Liga-Herausforderungen während deiner Reise anzunehmen. Ist eine großartige Glückkeit für Trainer, um ihr Ban-, das Band zwischen ihnen und den Pokémon zu stärken. Aber, äh, äh, jetzt mal beisei-, jetzt mal beisei-, äh, beiseit, befahrt man jetzt. Wie nämlich jetzt mal was ganz anderes. Ich wollte dir dabei mit deiner Forschung- und Verweidung, blablabla, aushelfen. Du kannst, äh, jetzt, kann... help you catch Pokemon. Aber ich wollte dich selbst selbst beweisen, aber ich wollte dich erst mal selbst beweisen. Aussicht ist das 5th Floor. Da ist ein sehr gesegneter Platz, wo ich eben viele Jahre verbracht habe, um meine Pokémon zu verstärken und die zu verstehen. Und die Bedingungen zwischen Menschen und Pokémon besser zu verstehen. Das heißt, dass du Kalimit ist, Tau. Ich will dich um diesen Turm zu bestärken, also zu erklimmen. Da sind ich eine Menge Stunden Lektionen zu lernen, die ich zu lernen muss. In jedem Stockwerk von diesem Turm. Stell sicher, dass du die Zeit hast, dass du verstehen wirst, weil du das hochgehst. Tu das, dann komm mal hier zu mir zurück. Ah, ein Hammer und irgendwas. Was habt ihr noch? Bleiben wir, bleib. Wir testen, ob sie würden dann Puzzle aus der Tähne zu testen. Ich gehe hier nochmal zum Pokémon Center. Mit voll, also wirklich komplett gehalten Pokémon. Mit vollem KP kämpft es sich leichter und besser. Danke fürs Warten, blauen Blub. Hallo! Aber ich gehe mit euch gleich jetzt. Und noch nichts gibt. Ich bin ruhig nach oben. Ah, es wird ganz gut. Ich bin auf jeden Fall durch den Schlecht. Ich bin mit einem wenig wenig online. Ich bin mit einem anderenscotten-Tag. Sicher ist sicher. Ich wusste, du würdest hier nach mir schauen. Irgendwann eins tages. Es ist wirklich sehr großartig zu sehen. Einen neuen Trainer hier zu sehen, der die Liga-Herauswaltung annimmt. Aber bist du auch bereit, dich meiner Hand zu nehmen? Ich werde die, die, die wahre Kraft der Stärke der, der Pokémon, der Foto-Pokémon zeigen. Magnifizieren. Wieder folgender Fijé. Naja, ich bin ja auch schon overleveled. Da das eine Step-Attacke ist... Ui, das ging aber immer flott. Ein Volltreffer. Gehen wir hier das hier. Level 6. 11, 11, 9, 9, 12. Jeho, Artaboga. Natürlich. Warfetched. Ist das nicht irgendwie unterleveled? Ein bisschen nicht schon untertrieben. Das ist schon wirklich... Ich hab vergessen, in welchem Level sich Topsy entwickelt. Ah, genau, Wildstoß. War ja schon zu erwarten. Ember! Wildstoß, jo. Und mein Blut! Denn Wut tut gut. Und nochmal, das schafft ihr bestimmt. Jo, geschafft! 96! Ja! Level 5. 11, alles Elfen! 11, 11, 11, 11! Volk, wo du bist eh! Verdammt! Mein Dad scherl ich Bird Pokémon! All right, täsch ich! Nun denn, nimm das! Das ist ja einfach so Pokémonliga-Oren! Ziff in Bellach. Ja. Nehmen wir das. Jo, den Seephi-Oren! ich weiß es erhöht die attacken in angreifenden pokémon ist also befiegt ist es befiegt man auch schneiden schneider anzusetzen zu außerhalb und kämpfen wenn die das können jederzeit ihr nimmt es auf die gewöhnt dem an die reißig was ist das ist in den ländern in den jahre der grabe vor dem dem kann nur einmal bewusst werden also muss werden was ist es nun mal es wäre die genauigkeit des gegenwärts schaden verursacht wenn er geworden es ist defensiv und auch offensiv, zugleich. Ne, das ist immer... Naja, schon stark ladiert, aber immerhin, wir haben es geschafft. Die Vögelchen sind ein bisschen... ...schneller, äh, schneller, stärker geworden. Hast du mir zu sagen? Ne, die Städte, komm! Ne, bleib dran und du wirst der Champion, äh... Endlich kann man nichts werden. Oh, sie, die Bumbo-Gym, wieder Volkner. Winning, die Lenders, Anton, gut. Der ist mir immer ein Schatt raus.